Lass nicht zu, dass Awn von seinem treuen Freund, dem Velociraptor Blue, getrennt wird. Dem Set-Loose-Hubschrauber-Verfolgungsjagd dienten die Jurassic World-Filme als Vorbild. Beatley hat Blue in einen Käfig gesperrt und diesen an seinen Hubschrauber angehängt, der mit drehenden Rotorblättern, einem sechsschissigen Shooter und zwei Suchscheinwerfern ausgestattet ist. Rase mit dem Quad los und benutze die Armbrust, um den Dinosaurier zu retten und die Dino-Eier zurückzuholen. Dieses coole Kindespielzeug enthält drei Minifiguren und einen Velociraptor als zusätzliche Figur.